Fakten und Fiktion, Sagen und Mythen rund um den Dom in Paderborn. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge 5x5 im Dom. Heute geht es zum Sagen. Und wie könnte es anders sein? Alles fängt an bei den Quellen der Pader. Wie jeder Paderborner weiß, ist die Stadt nach diesem Gewässer benannt und laut unserer ersten Sage soll der Fluss selbst von keinem Geringeren als Karl dem Großen den Namen Pader in Erinnerung an den italienischen Fluss Po erhalten haben. Hier schlug er bei Wassermangel im Sachsenkrieg sein Lager auf und löste mit dem Paderborner Dom ein heidnisches Heiligtum ab, das hier zuvor gestanden hatte. Der Fluss selbst entspringt laut der Legende aus 500 Quellen genau unter dem heutigen Dom. Sein Wasser soll die Eigenschaft gehabt haben, die Sehnen der Schlachtrösser zu stärken, die hier getränkt wurden. Doch Achtung! Neben der Pader soll es auch drei Bächlein gegeben haben, die aus einem Brunnen namens Metron flossen. Eines mit klarem, hellem und warmen Wasser, eines mit trübem, weißem Wasser von starkem Geschmack und eines, dessen Wasser grün und klar aussah und säuerlich war. Wenn die Vögel aus Letzterem tranken, sollen sie angefangen haben zu zittern und starben. Bei der Öffnung der Vögel wurde festgestellt, dass deren Lunge und Eingeweide ganz eingeschrumpft gewesen seien. Die zweite Legende, auch kaum verwunderlich, handelt vom heiligen Liborius. Vor mehr als 1200 Jahren brachte man die Gebeine des Heiligen nach Paderborn. Ernsthafte Greisemänner sollen es gewesen sein, die den Schrein von Le Mans in Frankreich zur Paderstadt trugen und ein Pfau soll ihnen vorausgeflogen sein. Überall, wo sie hinkamen, sollen Blumen aus der Erde gesprossen sein und fremde, nie gesehene Vögel flogen herbei und sangen preisende Lieder. Die Schreinträger konnten durch Flüsse gehen, ohne nasse Füße zu bekommen und Dornen am Weg stachen sie nicht. Nach vielen Tagen kamen sie im Paderborner Dom an, ohne in der ganzen Zeit hungrig, durstig oder müde gewesen zu sein. Als sie aber den Schrein auf den Hochalter gesetzt hatten und der Pfau gelandet war, fielen sie und das Tier tot zu Boden. Sie hatten ihr Werk vollbracht. Mehrere 100 Jahre lang brachten die Reliquien des Heiligen den Paderbornern großen Segen. Doch die Verehrung verblasste und mit ihr das Glück für Land und Leute. Hungersnot, Krieg und Seuchen bestraften die Bürger Paderborns für ihren Unglauben und lehrten sie beten. Eines Nachts, als die Not am größten war, öffneten sich die Pforten des Domes und die greisen Männer, die einst die Gebeine aus Frankreich geholt hatten, traten heraus mit dem Schrein auf ihren Schultern. Schweigend hielten die Ehrwürdigen einen Umzug durch die Stadt unter den Blicken ihrer Bewohner. Dann verschwanden sie für immer hinter der Pforte des Domes. Die Paderborner aber verehrten Liborius, wie sie es bei seiner Ankunft aus Frankreich getan hatten und das Glück kehrte ins Land zurück. Bei unserer nächsten Sage geht es um die Worte eines Baumeisters des Domes. Wie in der ersten Sage erwähnt, gibt es Wasserquellen unter dem Gebäude, gut vorstellbar also, dass der Boden teilweise auch moorig und nicht gut geeignet war, die riesigen Mauern und Türme zu tragen. Die gegenüberliegende Seite allerdings soll aus massivem Fels bestanden haben. Die Ratsherrn von Paderborn wurden wegen des teilweise ungeeigneten Untergrunds bange und ließen den Baumeister rufen, um Rücksprache zu halten. Dieser schmunzelte nur und wollte mit seinen Gesellen für den Bau einstehen. Und tatsächlich, der Bau hielt. Als der Baumeister sein Werk den geistlichen Herren und den Ältesten der Stadt präsentierte, war alles in bester Ordnung. Sie waren nur verwundert über die Abbildungen von den Männern, die unter einer Säule ausgehauen waren und aussahen, als wenn sie keuchend eine schwere Last trügen und einer flatternden Fledermaus, die gegenüber an einem Pfeiler gemeißelt war. Sie fragten den Baumeister, was diese Bilder bedeuten sollten. Da lachte der Meister und sprach, rechts hier ist der Boden feucht und locker. Deshalb mussten wir hier den Bau mit unserer Kunst stützen und tragen. Dort hingegen ist der Grund so fest, dass leicht eine Fledermaus den Dom stützen könnte. Von dieser netten Anekdote geht es weiter zur nächsten Sage, ins alte Ägypten, zu der Zeit, als die heilige Maria mit ihrem Kind nach Ägypten floh. Aus Angst, von den Soldaten des Herodes aufgegriffen zu werden, soll sie die Straßen gemieden und sich durch Schluchten und Felder geschlichen haben. Dornen und raues Wetter setzten ihrer ärmlichen Kleidung so sehr zu, dass sie sich kaum noch verhüllen konnte. Und so saß sie eines Tages weinend unter einer Palme und war schier am Verzweifeln. Da kam ein alter Mann vorbei und fragte sie, warum sie so jammere. Als sie ihm ihr Leid klagte, nahm er seinen Mantel von den Schultern und schenkte ihn der heiligen Jungfrau. Maria, die ihm in diesem Moment nichts zu geben hatte, versprach dem Mann, der Herr würde seinen späteren Nachkommen das entlohnen, was er ihr getan hatte. Nach mehr als tausend Jahren war Hans von Dringenberg, ein Ritter aus dem Paderborner Land, während der Kreuzzüge in Palästina, um gegen die Sarazenen zu kämpfen. Als er gemeinsam mit anderen Kreuzfahrern eine Stadt belagerte, wurde er jedoch bei einem Angriff seiner Feinde von einem Pfeil getroffen, stürzte von seinem Pferd und wurde von seinen Mitstreitern als totgeglaubt zurückgelassen. Seine Feinde teilten diese Meinung, zogen ihn nackt aus und ließen ihn in seiner Bluchtlache liegen. Nach einiger Zeit kam der Ritter allerdings zu sich und sah eine hohe, leuchtende Frauengestalt. Es war die Jungfrau Maria, die ihm erklärte, dass als sie auf Erden wandelte, ihr ein Mann in großer Not zur Hilfe kam und sie ihm ein Versprechen gab, das sie nun einlösen wollte. Sie nahm ihren Mantel und legte ihn über die verwundete Schulter des Ritters. Sie verschwand, bevor von Dringenberg etwas erwidern konnte. Er aber fühlte sich wunderbar gestärkt, raffte sich auf und kehrte ins christliche Lager zurück. Von diesem Tage an kämpfte er immer mit dem Mantel und wurde nie wieder verwundet. Als er in seine Heimat zurückkehrte, legte er den kostbaren Mantel im Dome nieder. Jeder, der den Dom betrat, schnitt sich ein Stückchen vom Mantel ab. So, dass heute nur noch ein kleiner Teil übrig ist. Unsere letzte Sage handelt von einem Brunnen, den man im Dom auch heute noch besichtigen kann. Angeblich soll auf seinem Grund ein Schatz aus Gold und Edelsteinen von unschätzbarem Wert liegen. Aber wegen eines schweren Bannes aus alter Zeit kann ihn niemand heben. Nur über eins hat der Zauber keine Macht. Ein steinernes Muttergottesbild, das auch im Brunnen liegen soll und dem Paderborner Land großes Glück bescheren soll. Einmal gab es aber einen Bischof, der beschloss, sich mit diesem Band zu beschäftigen, um ein Mittel zu finden, den Schatz zu heben. Er fand allerdings keine Möglichkeit, sein Ziel zu erreichen. Irgendwann aber kam ein Mann, der ihm versprach, dass er das Bild aus der Tiefe bergen könne. Als Lohn verlangte er nur im Paderborner Land leben zu dürfen. Ein durchaus bescheidener Lohn, dem der Bischof natürlich zustimmte. Drei Tage lang bereitete der Mann sich vor und kam mit einem Buch zurück, aus dem er am Rand des Brunnens eine Beschwörung vorlas. Dann nahm er ein graues Pulver und warf es, während er einige Zauberworte sprach in den Brunnen. Dreimal wiederholte er das Ganze und machte merkwürdige Zeichen mit einem Spiegel und Ringen über dem Brunnen. Der Bischof, dem von dem Mann Stillschweigen auferlegt wurde, sah zufällig in den Spiegel und entdeckte wunderliche Gestalten, die sich merkwürdig in ihm bewegten. Auch das Wasser zischte und gärte, sodass dem Bischof innerlich ganz grauenhaft zumute wurde. Doch dann beruhigte sich das Ganze, die Gestalten verschwanden und das Wasser im Brunnen senkte sich, sodass eine Treppe sichtbar wurde. Während der Bischof warten sollte, stieg der Zauberer die Treppe hinunter, ging durch eine kleine Tür und kam mit dem schweren Steinbild der Mutter Gottes wieder hinauf. Das Wasser stieg mit dem Zauberer die Treppe hoch. Natürlich wollte der Bischof wissen, wie es denn nun um die Schätze steht und ob der Mann im Brunnen etwas gesehen habe. Dieser schwärmte von ganzen Palästen von Gold und Edelsteinen, die er dort unten gesehen habe, aber man könne eben nur die Mutter Gottes aus dem Brunnen holen. Auf den Schätzen lege nach wie vor der Bann und wer die Hand danach ausstreckt, dem droht unfehlbares Verderben. Der Bischof, den die Gier gepackt hatte, ließ sich durch diese Tatsache jedoch nicht von seinem Vorhaben abbringen. Er wollte die Schätze aus dem Brunnen und er nötigte den Zauberer, seine Beschwörung noch einmal durchzuführen. Diesmal stieg der Bischof selbst in den Brunnen hinab und ging ebenfalls durch die Tür. Er trat in ein Tal, in dem sieben goldene Paläste, die voll mit Edelsteinen und Perlen war. Natürlich eilte er direkt darauf zu, wurde aber durch den Geruch einer Rose aufgehalten, die in einem der Blumenbeete stand und einen so süßen Duft hatte, dass er sie pflückte. Im selben Augenblick fiel die Tür hinter ihm zu. Alles wurde finster und das Wasser stieg den Brunnen hoch. Der alte Bischof ist nie zum Vorschein gekommen und auch der Zauberer und das Marienbild sind verschwunden. So, das war es dann auch schon. Fünf Sagen aus dem Paderborner Dom. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt oder wie es verbildlicht ist, schaut an dem Brunnen bei der Hartumer Straße vorbei oder hier. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Fünf Sagen aus dem Paderborner Dom.